Willkommen zurück, liebe Hausflipper, bei Einfall für Vera in Wien. Natürlich bei Hausflipper sind wir. Wir wollen in dieser Folge das Kitschhaus machen. Und das machen wir jetzt auch. Wie in der letzten Folge schon angekündigt. Letzte Folge haben wir ja tatsächlich unser Badezimmer nochmal ein bisschen neu gefließt. Aber irgendwie passt da ja nichts zueinander. Wollen wir es auch mal schnell machen hier so ein bisschen Unkraut? Ach komm, wir machen Unkraut erstmal ein bisschen weg. Jetzt reiß ich schon fast die Blumen raus. Ist auch nicht schlimm. Auch Unkraut, alles Unkraut. Hier ist ja so viel drin. Na gut, Kitschhaus halt, ne? Sollen wir es wirklich machen? Ich bin mir grad nicht sicher. Ich komm, wir machen das einfach mal. Es ist ja für die arme, die arme Erbin. Weiß ich nicht, ist man als Erbe immer so wahnsinnig arm? Also kann natürlich passieren, aber eigentlich, ach siehste, darauf wollte ich mich hinaus auf den Fertigkeitspunkt. Deswegen mach ich das Ganze eigentlich nur. Damit ich hier zwischendurch bei den Kunden auch ein bisschen Fertigkeitspunkte sammle. Dann können wir nämlich mehr, weißt du? Und deswegen brauchen wir da nicht so viel dann rumskillen. Das ist schon ganz nett. Deswegen mach ich das hier auch immer bei den Kunden, was auch dann kostenlos leider ist, aber damit verdienen wir kein Geld. Aber immerhin Punkte. Wenn auch nur Fertigkeitspunkte. So. Hier ist bestimmt noch mehr. Ja, natürlich hier. Überall, überall wuchert hier das Unkraut. Können wir hier eigentlich noch mähen? Können wir nicht. Müssen wir auch nicht. Bin ich eigentlich schon ganz froh, dass wir hier nicht noch mähen können. Zum Rasenmähen habe ich im L auch meistens keine Lust. Ich war daran, weil wir den Elektrorasenmäher nur hatten. Also hatten, ich sage hatten, weil der hat letztes Mal den Geißhaut gegeben. Ja. Ich weiß nicht genau warum, aber der Motor lief immer langsamer, immer langsamer und dann ging er gar nicht mehr. Ist halt so. Na komm, egal. Wir entfernen hier noch ein bisschen die Disteln. Ach ne, sind ja Brennnesseln, sind ja keine Disteln. Brennnesseln. Hier noch ein bisschen Löwenzahn. Ja, klar. Sag aus wie Löwenzahn, sorry. Und die schönen großen Gräser, warum auch? Warum jetzt auch die schönen Gräser? So, sowas ist zum Beispiel sehr stylisch. Äh, stylisch. Stilisch. Ja, auch stilistisch. Finde ich schön. Große Gräser finde ich immer sehr schön. Auch einen naturbelassenen Garten finde ich schön, solange er trotzdem gepflegt aussieht. Finde ich trotzdem sehr, sehr schön. Also bei meinem Vater. Bei meinem Vater. Also nicht bei meinem Vater direkt, sondern beim Nachbarn von meinem Vater. Da leben, äh, äh, wie soll man sie nennen, ähm, eher naturbelassene Leute. Und, ähm, die halten ihren Vorgarten tatsächlich sehr wild. Also sehr wild, ne? Also da wächst das Weh, äh, wächst der Rasen. Das ist schon kein Rasen mehr, das ist schon eher Wiese. Da wächst die Wiese mittlerweile schon fast einen Meter hoch. Zwar sehr natürlich, aber, ähm, auch sehr ungepflegt. Ja, leider. Aber, na komm. Gegen solche Nachbarn kann es nichts machen. Und er wohnt wenigstens, äh, auf einer anderen Straßenseite. Von daher ist das schon okay. So kommt nichts rüber. Außer vielleicht von den Bollen. Aber, mein Vater, der mäht immer schön anständig. Und, äh, deswegen passiert da wohl auch nichts. Gut. Ist natürlich auch sehr angenehm bei den aktuellen Temperaturen. Wir haben heute 42 Grad. Ja, ist schon, äh, also immer noch haben wir weit über 30 Grad. Auch hier in meinem kleinen Zimmer. Beim kleinen Kapu. Habt ein bisschen Mitleid, bitte. Wenn ich vielleicht auch leicht unkonzentriert bin. Das liegt aber tatsächlich ausschließlich an der Hitze. Ich meine, dass ich durchaus auch im Allgemeinen ein bisschen durch den Wind bin. Und ein bisschen verwirrt bin. Ich bin ein alter Mann. Ähm. Seht es mir nach. Den Grund dafür, den habe ich noch nicht erzählt. Und den, ich weiß nicht, ob ich ihn jemals erzähle. Aber, ich glaube, könnte ich eigentlich mal machen. Aber, interessiert ja eh keinen. Und ich möchte nicht aus Mitleid, äh, geguckt werden. So. So, komm. Machen wir mal weiter. So, wir haben, wir haben ja schon fast alles hier rausgerissen. Ist doch schön. Unbezahlte Arbeit. Na, besser als unbezahlte Arbeitskräfte, ne? Obwohl, die haben wir ja auch, Mann. Die sind wir ja auch hier, unbezahlte Arbeitskräfte. Äh, Kraft. Und, naja. Überdies, dies fast unsichtbare Unkraut. So, das war es jetzt aber, ne? Ich glaube, das war es. Und pass mal auf, wenn wir rauskommen, ist alles wieder nachgewuchert. Das wär's noch. Gut. Dann hinein. Ach, nein, 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 nein. Alter. Falter. Na, es sieht schon ein bisschen abgeranzt aus, Alter. Oh, gruselig. Oh, gruselig. Okay, hier ist Terrasse. Da brauchen wir nichts. Hier ist, Alter. Okay, also es war eine scheinbar sehr, sehr alte Dame. Höh. Sie ist bestimmt am Treppensturz gestorben. Bestimmt. Mit Sicherheit. Hier hat man noch einen Raum, ne? Ja, ja. Ach, Gott. Ist ja sehr, ist ja sehr liebevoll eingerichtet. Oh, Gott. Naja, wenigstens hängt eine Uhr und ein Bild drin. Ja, hier wird wohl der Essbereich sein von der guten Dame. Und hier ist wahrscheinlich der Ruheraum. Oh, Gott, ist das abscheulich. Ich gucke mal kurz in den Keller. Mal sehen, was wir hier haben. Ach, der Keller ist wenigstens ordentlich. Das finde ich schön. Das ist, das ist okay. Okay, okay, das Regal steht unpraktisch. Gerade für so eine alte Dame. Aber komm, der ist wenigstens ordentlich. Der gefällt mir sogar. Warum kann man sowas nicht für, für Badezimmer nehmen? Oder sowas? Mann. Na gut. Ich wünsche mir tatsächlich für das Spiel hier, dass man hier auch Außenwände bauen könnte, um Häuser zu vergrößern. Nicht unbedingt sie der Kunden, aber da kann man auch noch Aufträge auch noch draus machen. Das wäre auch fantastisch. So, reine Gewisschnutzung. Dann wollen wir mal unseren Wischmob rausholen. Unseren hippen Mob. Auch schon alles sauber. Das ging schnell. Modifiziere Wände. Gibt es hier noch. Hier ist nichts dreckig. Unten war auch nichts dreckig. Hier ist nichts dreckig. Alles klar. Bleibt dazu. Hier auch nichts dreckig. Das ist okay. Und hier ist auch nichts dreckig. Okay, dann war es das ja schon. Wie schön. Dann ist das ja gar nicht immer so schlimm. Entfernen. Ja, ist das das hier jetzt? Ich habe keine Ahnung. Klassisch. Bestimmt. Altmodisch. Bestimmt das? Weiß ich nicht. Ach komm. Wir nehmen einfach mal alles raus. Gemälde. Alle Bilder. Alle Bilder soll ich entfernen. Von daher bitte. Machen wir. Hier sowieso alle Kromotiv. Gemälde. Okay, das ist kein Gemälde. Ich wünsche, das würde wirklich vollständig ausgeschrieben werden. Kücheninsel mit Spülbecken. Hier sind gar keine Anschlüsse. Sollen wir auch noch legen. Alter. Frechheit. Gut. Dann wollen wir mal hier weiter. Modifiziere Wände. Also, die soll wahrscheinlich raus, oder? Oder? Kücheninsel mit Spülbecken. Das ist keine Kücheninsel. Glaube ich. Glaube ich jedenfalls. Weiß ich nicht. Ich würde mir echt wünschen, dass angezeigt werden würde, was dort markiert wird. Gegenstand entfernt. Teppich. Gerne. Gemälde. Natürlich. Die Bilder kommen auch alle weg. Vitrine May. Äh, Mary. Mary. Vitrine Mary. Nochmal Vitrine Mary. Klassischer Esstisch. Stuhl in Golf. In Golf, in Golf, in Golf. Das Sofa Grenade. Doppelbett. Achso, anbringen alles da. Äh, was haben wir hier noch? Modifiziere Wände. Also, hier soll alles soweit drin bleiben. Das ist okay. Gut. Haben wir hier auch schon mal alles vertickt. Das soll auch bleiben? Der alte, schäbige Kleiderschrank. Für wen hältst du mich? Ja, für einen, eigentlich einen Renovator. Aber, offenbar, habe ich mich da getäuscht. Es sind ja nur drei Räume. Und was wird das hier dann werden? Modifiziere Wände. Ja. Achso, die waren zwar raus. Ach, Mensch. Sorry. Habe ich gerade völlig übersehen. Ich dachte, wir hätten jetzt einen Räume auf den Hammer. Aber scheinbar nicht. So, und, ähm, nach dieser Folge. Nach dieser Folge. Ist noch die erste? Ja, ja, ist noch die erste Folge. Ähm, diese Aufnahme meine ich. Nach dieser Folge, also um, ich glaube, gegen 15 Uhr, kommt auf diesen Kanal. In eigener Sache. Jetzt ist das mal eine Werbung. Youngblatt, äh, Wolfenstein Youngblatt mit dem Quimsy 6860. Da spielen wir kooperativ. Ja, wen es interessiert. Sehr gerne. Schaltet gerne ein. Ihr seid gerne gesehen. Und ich glaube, es wird schon ziemlich spannend werden. Wir haben ja gar keinen Lichtschalter mehr, ne? Den haben wir, glaube ich, gerade mit abgekloppt. Ist auch nicht schlimm. So. So. So, weg mit den Wänden. Ach, hier. Ach, stimmt. Hier ist ja noch mehr Wand. Die Tür machen wir mal zu, ne? Ich schmeiß mal meinen Rahmen rein, doch nicht. Wo haben wir noch? Hier. Ach, hier auch noch. Alles da. Gut, dann können wir jetzt die Tür verkaufen. Verkauft. Schön. Ähm, ja. Ja, ja. Licht machen wir mal an. Na, na. An. Sehr gut. Gut. Schäppige Lampe. Echt abartig. Gut. Ähm, dann. Kühlschrank. Ach so. Entfernen. Mono. Kühlschrank, Mono. Entfernen. Alles da. Wird gemacht. Elektrischer Herd. Entfernen. Spülbecken. Entfernen. 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 So. Ah, ja. Ja. Ja, also. Streit mit den Farben. Mandarinen orange und weiß. Mandarinen orange. Wird gemacht. Wird gemacht. Ach so. Gärtner. Trimmer. Größer Mehlbereich. Siegbare Muttermale auf der Minikarte. Äh. Schneller entfalten. Des Rasens von der Rolle. Das geht ja auch so. Eigentlich recht schnell. Äh. Schaufel Biyushi. Effektionsgraben. Komm. Wir wollen alle alles sehen. Und. Ach komm. Dann machen wir auch den Rollras. Ach hier. Schaufeln. Schaufeln ist okay. So. Shop. Äh. Wände. Farben. Weiß war das. Und das andere habe ich wieder vergessen. Weiß. Jetzt kaufen. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich reicht. Ähm. Mandarinen orange. Alles da. Mandarinen orange. Mandarinen orange haben wir hier. Kauf viele. Nehmen wir mal zwei Eimer vorsichtshalber von. Den anderen können wir wieder verkaufen. So. Und rein mit dem. Mit der Rolle. Und dann geht es hier los. Ähm. So. So. Gut. Ach ja. Das streichen. Ach Mensch. Immer schade, wenn die Dose auf einmal leer ist. Weißt du. Aber komm. Was soll's. Ja. Das ist jetzt auch alles hier eigentlich, ne. Das ist eigentlich auch alles jetzt Küche. Das ist eigentlich alles komplett jetzt Küche. Das ist vielleicht nicht so sinnvoll. Das ist vielleicht nicht so praktisch. Aber hier soll ja auch noch eine Wand raus. Ach Gott. Ach Gott. Wahrscheinlich muss der dann doch weg. Aber. Weiß ich nicht. Wir machen erst. Komm. Wir machen erst mal die Küche fertig. Hier. Jetzt machen wir erst mal die. Ach. Hab ich doch gerade. Warum meckerst du schon? Ähm. Wir machen erst mal die Küche fertig. Der Lichtschalter hat ein bisschen hoch angebracht, ne. Oder? Das ist ja höher als der andere hier. Naja. Wer weiß, welcher. Welcher Flipper hier vor uns schon am Gange war. Wer hier schon wieder rumgefuscht hat. Keine Ahnung. Warum streiche ich jetzt alles weiß? Ach ja. Weil Flur. Weil Flur. Und bei Flur ist das eigentlich so. Dass ich den ganz gerne weiß habe. Obwohl sprach der, der einen eigenen orangenen Flur hatte. Naja. Komm. Ja. Ich habe tatsächlich gewagt, meinen Flur orange zu streichen. Nachdem er in Rot zu dunkel und in Gelb zu quietschig aussah, habe ich ihn dann orange gestrichen. Und dann sah er echt fantastisch aus. Das war echt nicht schön. So. Haben wir hier jetzt noch diesen Bereich. Und den Rest könnten wir tatsächlich schon. Ne, noch nicht. Der gefließte Bereich ist der Küchenbereich. Obwohl das eigentlich alles Küche sein soll hier, ne? Angeblich. Ist ja nicht schlimm. Sag mal. Hat die auch einen Wasseranschluss hier gehabt? Scheinbar nicht. Gut. Kücheninsel. Kücheninsel. Ach. Kücheninsel. Moment. Dann. Das ist doch komplett eine Küche. Jetzt muss ich mal überlegen. Wo streichen wir jetzt in orange? Vielleicht doch wieder um die Fenster. Vielleicht. Einfach hier so. Und vielleicht mal hier so. Die vielleicht noch. Da sieht es bestimmt keiner. Ich weiß nicht so recht. Wir versuchen mal unser Glück. Jetzt habe ich zwei Farben orange. Jetzt brauchen wir sie wahrscheinlich noch nicht mal. Das ist ja fantastisch. Gut. Hier möchte ich gerne um die Ecke streichen. Damit das mit den Fenstern auch wieder hinkommt. So. Vielleicht. Ja. Na ja. Na ja. Na ja. Den können wir auch noch mitnehmen. Der soll glaube ich in weiß bleiben. Tür. Die Tür können wir auch noch mal so ein bisschen einfassen. Eigentlich. Ah. Das wird dann nur ein Streifen. Das wird dann auch nicht so schön. Unter der Tür. Nee. Hier aber. Und hier vielleicht noch. Hm. Hm. Na ja. Ich weiß. Sie erinnern mich gerade an einen McLaren. Ich weiß nicht. Die Farbgebung erinnert mich gerade an einen McLaren. Ich weiß noch nicht warum. Keine Ahnung. Wie viele haben wir hier? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Zehn. Zwölf. Aha. Zwei. Drei. 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 So. Na komm. Was soll's. Hier noch. Hier ist mir jetzt ein bisschen wenig. Ne? Das sieht nicht aus. Das wirkt so nicht so gut. Glaube ich. Glaube ich. Das war vielleicht ein Fehler. Oh. Das ist ja weiß. So. Gut. Den weiß. Den weiß. Ja. Wir können da drei Bahnen auf einmal. Machen wir auch. So. Das ist schon mal ganz hübsch. So. Das ist auch ganz nett. Und ich muss die Dose natürlich immer mit Farbe füllen. Natürlich. Natürlich muss man das. Gut. Dann ist der schon wieder leer. Ah. Ist ja fantastisch. Der Fahrverbrauch ist hier wirklich immens. Jetzt kommen wir davon vielleicht. Erstmal nur eine. Weil die wird bestimmt schon überreichen. So. Na komm. Machen wir den nochmal voll. Es war soσει.